Heute schauen wir uns meine Top 3 Casinos in der Schweiz an. Hi und herzlich willkommen, hier ist euer Captain Casino. Da du auf dieses Video geklickt hast, suchst du wohl nach den besten Online-Casinos in der Schweiz. Und genau diese werden wir uns heute anschauen. Die Auswahl der Top 3 basiert auf Spielerfahrung, Auswahl der Spiele, Sicherheit, inklusive Einzahlungs- und Auszahlungsmethoden der Casinos. Und bevor wir anfangen, ganz kurze Unterbrechung. Sollten dir diese Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein kostenloses Abo freuen. Da 97,9% der Zuschauer von diesem Kanal nicht abonniert haben. Von daher, Abo ist kostenlos, gerne eins dalassen, wenn euch der Content gefällt. Solltest du auf einer der Casino-Seiten spielen wollen, habe ich dir die Links zu den Seiten in die Videobeschreibung gepackt. Wenn du dich über die Links anmeldest, unterstützt du mich dabei, weiterhin solche Videos machen zu können. Und du bekommst jeweils einen Bekommensbonus bei der Anmeldung auf der Seite. Aber bitte immer dran denken, erst ab 18 und nur mit dem Geld, was du auch wirklich verlieren kannst. Bevor wir noch länger reden, starten wir direkt rein in die Top 3 der besten Online-Casinos in der Schweiz. Lass uns anfangen mit der Seite Vertigo. Die Seite ist noch relativ neu, macht aber schon echt viel richtig. Das Design der Seite ist ziemlich modern. Sie ist aber relativ simpel und basic gestaltet, so dass man direkt weiß, was man bekommt. Vertigo ist aufgeteilt in einen Casino-Bereich und in einen Sportwetten-Bereich. Im Casino-Bereich gibt es weit über 1000 Slots und Live-Spiele mit einer großen Abwechslung. Auch bei den Providern gibt es eine sehr große Auswahl, wie zum Beispiel Badsoft, Evolution Gaming oder Hexor. Schaut man sich die Live-Spiele an, findet man die klassischen Sachen wie Roulette und Blackjack in verschiedenen Ausführungen. Aber eben auch ein paar besondere Spiele, wie zum Beispiel Crazy Time, Mega Ball, Vegas Ball Bonanza und so weiter. Es gibt nicht viele Spielereien, aber die Basics sind einfach sehr gut umgesetzt und deshalb ist es eben auch hier in der Liste. Kommen wir nun mal zur Sicherheit und zu den Zahlungsmethoden. Dazu kann man direkt sagen, dass das Casino eine Lizenz in Kuraçao hat. Durch diese muss sich das Casino eben schon mal an gewisse Standards halten, was natürlich schon mal ein gutes Zeichen ist. Darüber hinaus achten sie sehr auf das Bekämpfen von Geldwäsche und setzen sich für ein verantwortungsbewusstes Spielen ein. Es gibt einen E-Mail-Support und einen 24-7-Live-Chat, bei dem man sich melden kann, sollte man Probleme mit irgendwas auf der Seite haben. Zu den Zahlungsmethoden kann man sagen, dass es eigentlich eine ganz gute Auswahl gibt. Es gibt zum Beispiel Visa Card, Mastercard, Neteller, Skrill und eben einige Kryptowährungen. Ähnlich bei der Auszahlung, dort gibt es Kreditkarte, Banküberweisung, Neteller, Skrill und ebenfalls viele Kryptowährungen. Manche Methoden haben eine Mindestauszahlung und die Auszahlungsdauer ist abhängig von der Zahlungsmethode. Und damit kommen wir zum Bonus der Seite. Bei der Anmeldung bekommst du bis zu 1500 Schweizer Franken in Bonusguthaben. Bei den darauffolgenden Einzahlungen bekommt ihr ebenfalls noch viele weitere Boni. Da ist wirklich alles dabei und da bekommt ihr auch weit über 1000 Schweizer Franken und andere Boni. Zusammenfassend kann man also sagen, Vertigo ist eine sehr solide Basic-Seite. Sie funktioniert sehr gut, hat ordentliche Zahlungsmethoden, eine Lizenz in Curaçao und die Auswahl der Spiele ist sehr, sehr gut. Und wer natürlich auch Sportwetten mag, ist definitiv hier richtig. Sollte dir die Seite zugesagt haben, kannst du dich natürlich gerne über den Link in der Videobeschreibung anmelden. Damit unterstützt du mich und du bekommst bei der Anmeldung einen tollen Bonus. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Casino. Die zweite Seite, die ich euch heute vorstelle, heißt Golden Star Casino. Das Design der Seite ist ziemlich modern und etwas bunter gestaltet. Mir gefällt das Design echt gut, da ist die Seite eben auch in meiner Top-Liste. Golden Star Casino ist ein reines Online-Casino, es gibt also keinen Sportwettenbereich. Es gibt insgesamt über 2000 Slots und Live-Spiele mit einer riesen Auswahl. Egal ob exklusive Spiele, die Top-Spiele, die man so kennt oder viele weitere. Und natürlich gibt es auch hier eine unzählige Anzahl an Providern, so dass definitiv für jeden was dabei ist. Schaut man jetzt noch in die Kategorie Live-Spiele, sieht man, dass es natürlich die Klassiker gibt in ganz verschiedenen Ausführungen. Aber eben auch besondere Sachen, so dass man da auch eine sehr große Abwechslung hat. Und zusätzlich muss man einfach sagen, die Seite hat wirklich viele Besonderheiten. Es gibt zum Beispiel eine Lotterie, bei der man Lose kaufen kann und somit an der Lotterie teilnehmen kann. Die Preise sind abhängig von dem, wie viel Geld man einbezahlt hat, aber eben eine zusätzliche Methode, einfach nochmal Geld zu gewinnen. Zusätzlich gibt es ein Treueprogramm, bei dem man Punkte gegen verschiedene Belohnungen, wie zum Beispiel Echtgeld, eintauschen kann. Ich persönlich mag es immer, wenn treue Spieler belohnt werden, mit zum Beispiel Bonusguthaben, Freispielen und so weiter. Von daher von mir ein klarer Pluspunkt. Ein weiterer Pluspunkt sind verschiedene Turniere, wie Lucky Blizzard und viele weitere. Durch diese kann man noch viele weitere Boni, wie Guthaben und so weiter gewinnen, während man eben seine Lieblingsslot oder vielleicht eine ausgewählte Slot bielt. Und damit kommen wir jetzt zur Sicherheit und zu den Zahlungsmethoden. Dazu kann man auch direkt sagen, dass das Casino ebenfalls eine Lizenz in Curaçao hat und somit durch die Behörden dort kontrolliert wird. Dadurch muss sich das Casino eben schon mal an gewisse Standards halten, was natürlich immer eine positive Sache ist. Darüber hinaus benutzen sie die Verschlüsselung, um deine Daten zu sichern und sie sind A&G zertifiziert, so dass es wirklich Glück ist, ob man beim Spiel gewinnt oder eben nicht. Es gibt einen E-Mail-Support und einen 24-7-Live-Chat, bei dem man sich ebenfalls melden kann, sollten Probleme entstehen bei der Einzahlung, Auszahlung mit dem Spielen oder sonstigen. Besonders hervorzuheben ist auch die sichere und schnelle Auszahlung, was immer ein guter Punkt ist. Zu den Zahlungsmethoden kann man dann ebenfalls auch sagen, dass es einige Ein- und Auszahlungsmethoden gibt, wie zum Beispiel Banküberweisung, Visa, Mastercard, Neteller, AstroPay und einige Kryptowährungen. Zu den Auszahlungen muss man noch erwähnen, dass es teilweise ein Minimum zur Auszahlung gibt, und die Dauer der Auszahlung unterschiedlich ist, je nach Auszahlungsmethode. Kommen wir nun zum Bonus. Bei der Anmeldung bekommst du bis zu 1000 Schweizer Franken in Bonusguthaben und 100 Freispiele obendrauf. Bei den darauffolgenden Einzahlungen bekommt ihr ebenfalls noch viele weitere Boni, die sich auch immer wieder abwechseln, sodass es sich eben lohnt, immer mal wieder reinzuschauen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Golden Star Casino sehr sicher ist, eine Lizenz in Curaçao hat, gute Zahlungsmethoden hat, eine große Auswahl von Spielen und sollte dir damit die Seite zugesagt haben, kannst du dich gerne über den Link in der Videobeschreibung anmelden, um eben einen Willkommensbonus bei deiner ersten Einzahlung zu bekommen. Aber nun gehen wir weiter zum letzten Casino. Das dritte Casino ist 9 Casino. Das Design der Seite ist ebenfalls ziemlich modern und auch hier ist das Design relativ simpel gestaltet. Mir gefällt das Design wirklich sehr gut und es ist von mir persönlich eines meiner Lieblingsdesigns aller drei Casinos. 9 Casinos ist ebenfalls aufgeteilt in einen Casino-Bereich und einen Sportwetten-Bereich. Im Casino-Bereich gibt es tausende Slots und Live-Spiele mit einer großen Abwechslung. Und auch hier gibt es eine riesen Variation an Providern. Zusätzlich gibt es noch ein paar Bonusspiele wie ein Glücksrad und vieles weitere, wodurch man eben noch mehr Abwechslung in die ganze Seite reinbekommt. Insgesamt kann man sagen, dass die Seite viele Features hat und dadurch einem eigentlich nie langweilig wird. Es gibt ein Treueprogramm, bei dem man Level aufsteigen kann und somit Dinge wie Cashback, Extra-Turniere wie IP-Club, Breakback und so weiter freischalten kann. Zusätzlich gibt es ein allgemeines Cashback-System, bei dem man täglich Cashback bekommt und es gibt einen Turnierbereich, bei dem man ebenfalls noch an Events teilnehmen kann, um zusätzlich Preise zu gewinnen. Wie bereits erwähnt gibt es ein Glückrad, bei dem man unterschiedlich viele Preise gewinnen kann. Es gibt das Coinsrad, Spinrad, Wheel of Cash und das Bossrad. Hier variieren die Preise je nach Rat. Und natürlich gibt es auch hier eine riesen Auswahl an Live-Spielen, sei es die Klassiker oder eben auch besondere Spiele, wie zum Beispiel Crazy Time, Funky Time und so weiter. Und damit kommen wir auch hier zur Sicherheit und zu den Zahlungsmethoden. Dazu kann man direkt sagen, dass das Casino eine Lizenz in Curaçao hat. Wie bereits eben erwähnt, wird dadurch das Casino bereits überwacht und muss sich an gewisse Standards halten. Darüber hinaus nutzen sie SSL-Verschlüsselungen, um deine Daten zu sichern und sie sind ebenfalls A&G-zertifiziert, so dass es eben wirklich Glück ist, ob du gewinnst oder eben nicht. Es gibt auch hier einen E-Mail-Support und einen 24-7-Live-Chat, bei dem man sich melden kann, sollten Probleme entstehen. Das ist für mich auch immer ganz wichtig, einfach damit man Kontakt hat, so dass man die Sachen schnellstmöglich beheben kann. Ich habe auf der und den anderen Seiten auch selbst gespielt und Geld eingezahlt und ich hatte dabei wirklich keinerlei Probleme mit der Einzahlung, Auszahlung und so weiter. Zu den Zahlungsmethoden kann man noch sagen, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel Banküberweisung, Visa und Mastercard, AstroPay, Strill, Jetore und einige Kryptowährungen. Zu der Auszahlung muss man noch erwähnen, dass es teilweise ein Minimum gibt, das ist abhängig von der Zahlungsmethode und natürlich auch die Dauer der Auszahlung ist ebenfalls abhängig von der Zahlungsmethode. Dafür aber am besten immer die AGBs durchlesen. Kommen wir nun zum Bonus. Bei der Anmeldung bekommst du bis zu 150 Schweizer Franken in Bonusguthaben und 250 Freispiele. Zusätzlich bekommst du noch mehrere hundertes Schweizer Franken als Bonusguthaben, egal ob beim Casino-Bereich oder beim Sportwettenbereich und es gibt natürlich immer wieder andere Boni, durch die man auch zum Beispiel Freispiele oder andere Dinge bekommen kann. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Nein-Casino eine sichere Seite ist, gute Zahlungsmethoden hat, eine unfassbar große Auswahl an Spielen, die Seite sieht optisch gut aus und hat einige Spielmodi und Treueprogramme, durch die man viel auf der Seite entdecken kann. Und damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Das waren meine Top 3 Online-Casinos in der Schweiz. Solltet ihr selbst bei den Casinos spielen wollen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt und euch über den Link in der Videobeschreibung dort anmeldet. Dadurch ist es mir möglich, weiterhin solche Videos machen zu können und ihr bekommt einen Willkommensbonus bei der ersten Einzahlung. Wenn du noch weitere Casinos kennst, die ich mal testen soll, kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Captain Casino. Bis zum nächsten Mal, euer Captain Casino. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.